Los geht's Leute! Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu diesem Video. Heute geht's los mit den Polierpads von FX-Protect. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich konnte sie bis jetzt noch nicht austesten, habe mir die Früche für euch nach Hause geholt. Und wir werden jetzt einfach mal auf der Oberfläche testen. Einmal noch 125 und auch nochmal kurz denn 75 ist ja einfach nur ein anderes Größenmaß. Aber wir können einfach mal gemeinsam ein Fazit ziehen. Wie ist euer erster Eindruck, was ihr hier über die Bilder so mitnehmen könnt, über das Video? Und was ist mein erster Eindruck hier zum Thema Handling, auch Leistung, das heißt Polierstärke und wie lange halten die durch? Und wie lange können die dann auf der Fahrzeugoberfläche gut durchhalten, damit wir möglichst lange polieren können? Und das ist ja auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Schauen wir uns mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir packen die erstmal ganz kurz aus und dann gehen wir an den Fahrzeuglack ran. Ihr seht, ich habe mir hier die Schaumstoffpads nach Hause geholt in 125 mm. Ihr habt ein Klettmaß 125, 25 mm an Stärke und 140 mm im Polierbereich. Das sind ja Trapez, logisch. Außen haben wir die kleine Sicherheitszone dran. Ich nenne sie immer gerne Sicherheitszone. Damit die Leute immer sofort wissen, ah, okay, Daumen. Und wir haben nochmal die 75er. Die haben 75er Klettmaß, auch 25 hoch und 90 breit an der Unterseite sozusagen auf der Polierfläche. Also wenn man sagt, ja, 75er Pads, die haben trotzdem dann meistens unten kein 75er Maß. Die haben alle irgendwie eine Trapezform. Das bedeutet, die sind halt unten 80, 85, 90. Da gibt es auch echt Unterschiede bei den Herstellern. Also das macht jeder so ein bisschen anders. Von der Verpackung her, finde ich, ist das sehr schön gemacht. Das sind kleine Zusatzbeträge, die der Hersteller da hier stemmen muss. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal. So ein Pad sollte eigentlich auch immer einzeln verpackt sein. Ist einfach deutlich wertiger, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Hier so ein kleines Sichtfenster. Finde ich auch cool gemacht. Also es wirkt sehr hochwertig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Auge poliert mit. Auf der Rückseite haben wir eine schöne große Tabelle. Da sehen wir hier die verschiedenen Pads. Auch nochmal hier Cutting-Level, Finish-Level. Dann hier auch nochmal eine Materialeinteilung. Und wir haben auch nochmal eine Größeneinteilung. Es gibt nämlich auch noch 150er Pads. Die sind dann 150 im Klett, 165 und auch wieder 25. Ihr habt auch hier die verschiedenen Cutting- und Finish-Level. Also da könnt ihr euch genau anschauen, welches Pad was macht. Ihr lest hier oben auch nochmal Mikrofaser-Hybrid-Pad. Das habe ich jetzt hier noch nicht. Wir schauen uns erstmal die Schaumstoff-Varianten an. Was mir sofort beim Auspacken auch schon aufgefallen ist, von der Verarbeitung her ist das in Ordnung. Es gibt keine Druckstellen, weil es ist ja auch schön sauber verpackt. Es gibt keine Fehlschnitte hier oder sowas, dass das hier irgendwie eingedrückt ist oder hier was rausgefranst ist. Aber ich muss dennoch sagen, von der Optik her ist es ein sehr einfach verarbeitetes Pad. Ihr habt jetzt hier keine nochmal irgendwelche Abrundungen oder abgeschrägten Kanten. Auch die Klettfläche steht aufgrund dessen, dass sie diese weiche Struktur hat. So einen halben Millimeter drüber hier an der Seite. Das ist aber so ein Punkt, das ist jetzt kein Qualitätsnachteil. Es ist halt einfach aufgrund der Schnitttechnik. Was mir jetzt noch auffällt, ist der letzte Punkt. Die sind halt sehr, sehr hoch. Also 25 Millimeter. Das ist kein übelster Nachteil. Eigentlich sogar eher ein Vorteil, weil ihr könnt mehr Material komprimieren. Wenn ihr poliert, das zeige ich euch auch gleich am Fahrzeug, und das Pad wird sehr warm und ihr beansprucht das, vor allem hier das Cutpad, dann drückt ihr das immer so ein bisschen leicht zusammen. Das ist ja die sogenannte Thermostabilität. Das heißt, wie stabil bleibt das Pad, wenn es warm wird? Nicht heiß und kocht, sondern wenn es warm wird. Bitte nicht kochen die Pads, also wenn die qualmen, ist es zu viel. Und wenn du davon vornherein schon ein relativ schmales Pad hast und das dann durch die Wärme sehr schnell weich wird, drückt ihr schon gefühlt den Klett von der Poliermaschine durchs Pad durch auf die Oberfläche. Und da ist eigentlich ein etwas dickeres Pad gar nicht mal so ein riesen Nachteil. Und jetzt haben wir uns echt genug angeschaut. Ihr seid komplett informiert. Jetzt gehen wir mal kurz ans Fahrzeug rein. Kurzer Poliereindruck jetzt von meiner Seite aus. So, ihr seht euch mal gleich direkt unser Problemfeld. Wir hatten ja hier auf der Heckklappe auch verschiedene Sachen getestet und ich habe hier massive Wasserflecken auch drauf. Also ihr seht, die sind richtig festgebrannt. Wir können auch nochmal hier kurz mit der Kamera rüber gehen, denn da können wir auch später nochmal einen Wasserfleckenentferner-Test machen. Ihr seht hier, die sind ultra fest drin hier. Kannst du voll vergessen hier. Das kriegst du nicht wieder raus, einfach so. Also entweder polieren oder mit einem Wasserfleckenentferner. Und das schauen wir uns mal in der nächsten Videos an. Und deswegen gehen wir hier nur auf die linke Seite für den Pad-Test. Ihr seht, bei der Performance Plate schaut es hier so 3-4 Millimeter drüber raus. Ist überhaupt kein Problem. Euch ist sicherlich auch jetzt gleich direkt was aufgefallen. Und zwar, als ich das Pad auf die Maschine drauf gemacht habe und festgeklopft habe oder festgedrückt habe, kam Staub aus dem Pad raus. Und das sind so kleine Schaumstoffrückstände, die aussehen wie Staub. Aber ich habe das nochmal genauer analysiert. Das ist bei allen Pads so, dass hier irgendwie Rückstände vom Schneidprozess übrig geblieben sind. Also da muss FX Protect auf jeden Fall nochmal nachbessern. Aber wenn ihr euch jetzt wundert, wenn ich die Pads hier direkt auf die Fläche setze, das ist nicht die Politur, die staubt, sondern das sind ja kleine Schaumstoffpartikel hier aus dem Pad. Mehr dazu nochmal im Fazit. Ihr könnt Punkte machen, ihr könnt Schleier machen, ihr könnt die Punkte auch hier direkt verwischen, dass sich das so ein bisschen im Pad direkt verteilt. Wie ihr das machen wollt, ist komplett euch überlassen. So, der Rest verteilt sich. Und schon haben wir null Kontakt mit der Politur. Wir wischen hier oben den Kopf richtig schön ab. Und damit gehen wir jetzt mal auf die Oberfläche drauf. So, und hier sehen wir auch gleich nochmal dieses Staubthema. Seht ihr, bevor ich überhaupt los poliere, hast du schon diesen kleinen Staub drauf. Und das war wirklich nicht schön. Also das muss das Team auf jeden Fall verbessern. Ansonsten habe ich erstmal getestet, wie gut das Pad so gleitet beim Verteilen mit weniger Geschwindigkeit. Das hat echt gut geklappt. Und auch jetzt hier bei höheren Geschwindigkeiten lief die Maschine zusammen mit dem Pad, aufgrund auch, dass das so ein bisschen dicker ist, wirklich sehr, sehr schön. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und hier, das lief auch super ruhig. Also so vom Handling her, wenn dieses Staubthema jetzt nicht wäre, da muss ich echt sagen, sehr, sehr zufrieden bisher. Aber Langzeit-Test folgt auf jeden Fall. Aber hier vom Cut-Level habe ich auch schon durch die Politur-Rückstände gesehen, dass die Kratzer wirklich sehr, sehr schön weggehen. Und auch dieser Streifen, der jetzt noch original war dort in der Mitte, um den geht es ja hauptsächlich, das ist auch richtig gut weggegangen. Das sehen wir jetzt auch gleich nochmal im Anschluss. Also sehr, sehr schön, muss ich echt sagen. Hat eine richtig schöne Leistung gezeigt. Hat auch wirklich sehr schnell viel Wärme aufgebaut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und man merkt auch hier, ist noch gut Wärme drin. Also von der Polierleistung, von der Qualität, wie schnell das Pad auf Temperatur kommt und wie viel Leistung hier übertragen wird, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und man sieht, wir haben einen leichten Schleier drin, aber ich finde den absolut in Ordnung. Und ich muss sagen, vom Cut-Level her, Audace und jetzt speziell auch mit dem FX-Protect-Pad hier am Klebeband ist natürlich ein bisschen sanfter gewesen. Da nehme ich den Druck auch wirklich raus. Aber das war wirklich sehr, sehr effektiv, diese kurze Runde. Dann machen wir uns hier das Finish-Pad drauf, schnappen uns die Fiero. Super Refinishing. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir hier den Glanz auch noch wieder zurückbringen können. So, jetzt im Anschluss noch mit dem grauen Pad und der Fiero hier über die Oberfläche im Finish-Level. Das hat wirklich gut funktioniert auf diesem Uni-Schwarz. Außer auch hier bei dem Pad diese Staubbildung. Aber ich denke mal, das wird FX-Protect noch in den Griff bekommen. Dazu dann mehr im Fazit nochmal. Das ist mit Klebeband immer deutlich nerviger. Aber das ist jetzt speziell für die Videos. Ihr klebt euch hier dann keine so eine Abtrennung. Wir nehmen das jetzt auch komplett runter. Aber ich glaube, das sieht einfach spitze aus schon. Und jetzt können wir auch hier alles nochmal rüber gehen. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie gut das hier auf diesem Uni-Schwarz schon funktioniert hat. Ich glaube, man kann es so schon erkennen. Also ohne, dass jetzt das Licht darüber geht. Hier diese Schleier drin vom Polieren. Auch nochmal hier schön, da haben wir gar nicht poliert. Hier nochmal der Ausgangszustand mit den ganzen Wasserflecken. Und Kratzern. Hier haben wir jetzt poliert. Kratzer sind wirklich sehr, sehr schön weggegangen. Aber wir haben auf jeden Fall noch den Schleier drauf. Logisch. Von der sehr, sehr starken Politur. Und hier drüben haben wir jetzt die freigelegte, schöne, saubere Lackfläche mit leichten Steinschlägen nach über 20 Jahren. Logisch. Aber wir haben ein richtig schönes, klares Bild hier. So. Und guckt mal hier. Das ist so gut funktioniert. Aber es geht ja mehr um die Pads, die wir jetzt testen. Und dazu gebe ich euch jetzt noch ein bisschen Feedback dazu. Ich habe mich auch dazu entschlossen, hier die 75er Pads in einem Extra-Video nochmal zu betrachten, weil wir da auch nochmal an eine andere Stelle gehen, an die Seite vom Fahrzeug und das Video sonst einfach zu lang wird. Und wir können es dann direkt auch noch mit so einem kleinen Tutorial verbinden. Also hier, die 125er Pads. Gleicher schauen wir auch bei den 75ern. Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Fangen wir erstmal mit den negativen Sachen an, weil die sind auf jeden Fall deutlich weniger. Einen Punkt möchte ich ansprechen. Der ist jetzt nicht mega extrem negativ und macht das Pad irgendwie schlecht. Aber ich will es trotzdem mit ansprechen. Und zwar ist das hier an der Seite so ein bisschen die Verarbeitung von der Klettfläche. Das hätte alles noch ein bisschen sauberer geschnitten sein können. Auch der Übergang hier von der Seitenfläche zur Polierfläche. Das hätte alles noch ein bisschen schöner abgekantet werden können. Weil, wenn man hier drüber geht, merkt man, dass der Rand so leicht fransig ist. Aber wirklich ganz, ganz leicht. Vor allem jetzt nach dem Polieren merkt man das. Und das ist so ein Punkt, das kann FX-Protect auch in der Zukunft auf jeden Fall noch verbessern und sich das anschauen. Ich werde Ihnen auch nochmal mein Feedback weiterleiten. Aber spätestens werden Sie es auch hier mit dem Video definitiv mitbekommen. Also, kleiner Punkt, Verarbeitung hier oben noch etwas, sauberer Schnitt. Und auch hier unten bei dem Übergang, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn man die komplett frisch aus der Verpackung rausnimmt, und ich habe ja keinen Grund, euch etwas zu beschönigen, wenn du die hier rausnimmst und klopfst die so aus, dann staubt es richtig raus. Und hier ist wirklich auch die Farbe des Staubes, ist auch die Farbe vom Pad, also ist es der Schaumstoff. Und hier muss ich echt sagen, da muss das Team auf jeden Fall nochmal nachbessern. Also, wenn ihr euch jetzt hier so ein Set holt oder so, dann einfach alle ins Wäschenetz packen und einmal kurz durchwaschen. Weil, wenn ihr die einmal durchgewaschen habt, dann kommt hier aus den Pads nichts mehr raus. Also, da ist alles komplett sauber und auch clean. Also, da ist nichts mehr. Und deswegen gebe ich das auf jeden Fall als Info für euch mit, dass ihr euch nicht wundert. Ihr packt die Pads aus, poliert und auf einmal, bumm, übelste Staub-Explosion. Aber kommen wir jetzt zu den positiven Punkten, weil mehr Negatives habe ich eigentlich nicht. Weil Verpackung stimmt, Design, alles super, auch mit der Rückseite nochmal, mit den ganzen Hinweisen, mit der Tabelle, mit den Stärken, das passt. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir wirklich auch noch super gefallen hat. Und zwar ist das einfach die Leistung der Pads. Wenn wir mal das Stauben jetzt am Anfang wegnehmen oder einmal die Pads durchwaschen und jetzt praktisch so auspacken würden und jetzt in Nutzung nehmen, dann arbeiten die wirklich sehr, sehr schön. Mir gefällt das auch wirklich, dass die ein bisschen dicker sind, dass man die richtig schön aufdrücken kann. Man kann auch hier dem Cut-Pad richtig was abverlangen. Also, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich werde die Pads auf jeden Fall für euch jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten in den Langzeit-Test nehmen, um euch dann auch ein Langzeit-Feedback geben zu können. Aber jetzt hier habe ich das Pad ja auch mal richtig an seine Temperaturgrenzen geführt. Das war schon sehr, sehr warm. Aber es hat wirklich gut standgehalten. Und jetzt hier hat es auch wieder die alte Härte. Also, das funktioniert sehr, sehr gut für Leute, die im Hobby-Bereich sind, die sagen, ich will jetzt nicht übelst viel hier 12, 13, 14, 15 Euro für so ein Pad ausgeben, 125, was so und so viel zu viel Geld ist. Die Pad-Preise sind einfach zu hoch. Aber da wird sich, denke ich mal, dieses Jahr oder nächstes Jahr auch wieder ein bisschen was ändern. Und da kommt auch nochmal hier zur Audace und zur Fiero auch nochmal ein extra Video, die da bei Kosmetika-Sachen schauen wir uns auch an, weil das Pulliergebnis dieser Kombination war einfach mega gut. Und das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Kombination aus Politur und guten Pads. Und die Leistung haben sie gezeigt. Jetzt muss das FX-Protect-Team hier das nochmal mit diesem komischen Staub in den Griff bekommen am Anfang. Und dann funktioniert das. Bis dahin, sie haben noch ein bisschen Hausaufgaben, aber auf jeden Fall kann man hier schon mal reinschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute. Bis zum nächsten Video.